Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Los Forestos. Hier in der Höhle wieder zurück. Also wir waren hier, hier haben wir ausgelockt, beziehungsweise kurz gespeichert. Der Dominik ist wieder dabei. Hallöchen. Mein treuer, mein tapferer Survivor. Ja, zusammen haben wir uns ein bisschen durchgeschlagen. Und hier geht's jetzt runter, haben wir in der letzten Folge gesehen. Ganz, 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 ganz tief runter. Und ich würde sagen, schreitest du voran oder ich? Lol. Da kann ich jetzt deswegen runter. Ähm. Ähm. Komm. Aber du hast, glaube ich, mehr Rüstung, oder? Geil. Nee. Hä, wie glaube ich noch keine Rüstung mehr? Oh, ich habe noch ein ganz kleines bisschen. Ich auch. Nur noch 25 Prozent? Ja, nicht mal. Wollen wir so weg? Das Feuerzeug geht hier unten nicht mehr an. Doch. Das hat aber sehr lange gedauert. Alter. Alter. Vor allem, wer ba... Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Wer baut das denn? Würde mich mal interessieren. Warte, ich kann nicht mehr. Ich auch nicht mehr. So, hast du nicht mehr. Der Sauerstoff wird dünner. Ja, irgendwie schon, ne? Also, wir verlieren relativ schnell. Nee, da unten ist Boden. Ich sehe Boden, ich sehe Boden. Ja? Ja. Achtung. Ich sehe keinen Boden. Oh, ich... Oh, nee, war ein Stein. Alter, wie weit runter geht das? Ich sehe Tageslicht. Ich habe runtergeguckt, ne? Aber, äh... Bei einer Schnau... Aber es sah definitiv nicht so tief aus. Nee, tatsächlich wirklich nicht. Oh, ich glaube... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Hier ist so ein Mini-Baby. Oh, iiii. Ach, nö, nicht schon wieder. Oh, na... Oh, mein Gott. Waaah. Oh. Okay, sind glaube ich wieder Muschig-Kläuse. Oh, Sticks. Oh, Sticks, sehr gut. Oh. Nee, nicht hoch, nicht hoch, nicht hoch. Runter, runter, runter. Waaah. Oh. Lol. Was macht denn Wasser gerade? Was ist denn... Ja. Ich glaube, hier ist noch mal ein Galoppel, Heinz. Hä? Wo kommen denn die... Wie kommen denn hier Pakete runter? Das sind DVDs, wat? Was steht da drauf? Lost Children of the Pen... Pen-Min-Sula. Hier ist Farbe. Benötigen wir die? Keine Ahnung. Oh, ein Riegel. Hat er... What? What? Alter. Was ist denn hier los? Hier geht's nicht mehr weiter. Alter. Oh. Hier ist so eine geile Axt. Ach, cool. Ja, nice. Ist hier gut. Ich will noch mehr Dynamit mitnehmen. War ich so ein Koffer? Was? Batsch. Dass die Typen halt so einen Lagerplatz einfach irgendwie haben, ne? Medikamente? Komisch. Kann man das kaputt machen? Mal gucken, was die Axt kann, die andere. Ja. What? What? Die ist übertrieben gut. Oh! Alter. Die gefällt mir. Die gefällt mir sehr. Nice. Ich glaub da... Die kannst du kombinen mit, äh, Clothes. Genau. Und dann kannst du anzünden. Aber das kannst du mit der anderen auch. Guck. Echt? Ja. Jetzt hat man ein bisschen mehr Licht. Okay, bei mir ist das Feuer einfach irgendwie meterweit entfernt von der Axt, aber okay. Wahrscheinlich. Kann man sich damit jetzt anzünden gegenseitig? Ich würde es lieber ungern ausprobieren, ehrlich gesagt. Okay, hatten wir jetzt hier alles. Aber dann gehst du vielleicht vor, dann hast du ja jetzt... Ja. Ich hab ne coole Axt. Pfff. Ja, guck, wir müssen sowieso jetzt wieder hoch, also. Was war denn das? Dominik? Ja, ich brenne auch mal die Dings an. Axt. Guck, siehst du das? Hier ist einfach so. So, ja. Einfach ein Meter davor. Oh, ausdauer. Boah, wir werden Ewigkeiten brauchen, bis wir da oben ankommen. Ach. Ja, Ausdauer. Na, ich muss auch so Ausdauer aufladen. Lol, wie er einfach durch mich durchklettert. Kann's einfach. Aber das kann nicht alles gewesen sein, oder? Na, Quatsch, natürlich nicht. Ausdauer. Wir müssen gleich oben mal gucken, da waren... Ähm, da war ja noch mal ne... ...noch mal ein Seil gewesen. Wir sind ja einmal auch einen kleinen Vorsprung hoch geseilt. Genau. Achso, der kann jetzt unbegrenzt hoch. Warte. Ja, der kann unbegrenzt hoch. Ich mag es, dass ich runterfalle, wenn ich das zu viel ausbrauche. Ich mach dir mal Licht. Bö, das juckt den einfach nicht, ne? Ja, gär. Auch nicht schlecht. Auch mal an. Oh, jetzt sieht man hier wenigstens was. Ja, echt, ne? Die Achse ist super. Die gefällt mir. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr das Feuerzeug nebenan. Okay, wir müssen jetzt... Ja, aber doch. Also links geht's raus. Ja. Hä, da geht's... Ach, das ist das Geräusch, wenn es löscht, dann will ich die wegnehmen. Hm. Okay, wir müssen jetzt... Ich würde jetzt gerne mal... Ja, komm. Sind an. Wißt du auch, wie das aussieht von dir? Warte mal, wo geht's denn da allein? Warte mal. Ich glaub halt immer noch, dass es sein kann, dass man irgendwie unter Wasser tauchen muss, um überhaupt reinzukommen. Weil... Das geht ja ja ab. Da ist doch auch so ein Wassersymbol, ne? Wo? Wenn wir jetzt hier lang gehen... Hier... Moment, Moment, Moment. Ich bin... Ja? Ich glaube, hier geht's rechts doch irgendwo lang, ne? Hier muss es irgendwo rechts lang gehen. Laut Plan. Hier geht's in diese komischen Abschnitte. Hier geht's ja wieder in die Sackgasse, oder? Hier stehen wir jetzt wieder vor der Sackgasse. Oder irre ich mich jetzt? Ich glaube, du irrst dich, oder? Hä? Ich blick hier nicht mehr durch. Da auch nicht. Was ist das? Da braucht man Licht. Ne, doch, hier ist wieder die Dings. Da ist wieder der Tisch, wo wir das Bild gefunden haben. Okay. Aber hier muss es ja nochmal irgendwo weiter gehen. Ja, links irgendwo hier müsste es weiter gehen. Laut Karte. Aber hier geht's nicht weiter. Gehen wir mal wieder zurück am besten. Wohin? Ja, Richtung, äh... Ausgang, oder? Achso, komplett raus, meinst du? Ne, nicht komplett raus. Ich will nochmal von vorne. Da war doch nochmal eine... Da, wo wir waren, schon mal vor der großen Höhle. Geht das hier lang? Okay. Auch nett, oder? Ne. Hä? Ich glaube, wir müssen tatsächlich irgendwo irgendwas sprengen, aber... Wir wissen halt einfach noch nicht, wo. Oder halt irgendwo im Wasser untertauchen. Ne, komm mal bitte mit. Ich will nochmal zurücklaufen. Da, wo wir herkamen. Wir kamen ja hierher. Von Muschiklaus hier. Hier. Ähm, hallo? Ach, es ist abgebrannt. Achso. Oh, holl. Diese Diva. Oh, meiner hat langsam Durst. Oh, meiner auch. Erstmal. Ah, okay. So. So. Ne, da war's nicht. Hier sind die Planken. Andi, da ging's ja... Doch, hier. Guck. Jetzt ist es wieder gelöscht. Okay. Okay. Hier einfach jetzt mal unauffällig. Deswegen rede ich auch so wenig. Ähm. Ich habe gerade... ...ne Stuppenzeit von... ...50 Prozent, glaube ich. Hallo. Ich will doch nur was... ...da hinten brennen. Oh, mein Licht. das liegt jetzt auch daran dass ich mich ziemlich ziemlich das gefühl als könnte man das hier weg sprengen aber ich glaube das geht einfach nicht ich glaube nicht aber wir sind ja das ist jetzt genau der eingang vor der höhle also vor dieser riesen höhle wie kommt man denn da rein hier hinten soja hier war ja dieser komische teich wo es nicht lagen geht ich würde versuchen ich pack jetzt einfach mal einmal dynamit ran mal gucken vielleicht passiert ja irgendwas müssen dann halt nur schnell abhauen jetzt geht du einfach schon mal richtig im entdeckung ich hoffe man sieht auf youtube genug ich hab's nicht auch hochwerfen woher das geht ich du bist es nicht dass einfach gar nichts passiert ich bin schon wieder hungrig das gibt es doch nicht ein riegel ob das geht hier unten einfach ziemlich so ich bin nicht wieder aus ich bin überfordert ja wo geht es jetzt hier lang da unten ist ein koffer und sowas drin weil ich glaube nichts wichtiges ne mal versuchen da unten ok ich glaube hier ist jetzt auch nichts oder hier ist der spalt wo wir nicht rein sollen ach so also wo wir glauben wo wir nicht rein sollen und wenn man sich einmal dieses helle äh feuer gewöhnt gell ja dann ist es schlimm ohne damit zu laufen ich glaube man sieht auch auf youtube einfach gar nichts ja oder halt wenig auf jeden fall so und hier kommen wir gleich wieder zu dem tisch hä ja haben wir uns jetzt verlaufen oder was wieso kommen wir denn jetzt wieder zurück das kann doch nicht sein doch doch ist schon richtig mach die scheiß achsen bitte man merkt meine stimmung kippt ja ein wenig was war das denn hä was war das hat es bei dir auch gerade gehangen doppelig ne aber es hat sich angehört als bist du hoch ich bin hoch gegangen wo hoch hoch ach da ja bei dem stein wieder oh meine Güte oh ich starbe gerade das ist schön ich hab mal einen snack gegessen so und nicht da lang sondern hier lang und hier müsste glaube ich gleich der Dingsausgang sein guck mal jetzt sind wir hier bei dem Dingsausgang bei dem Spalt wieder genau oh diese scheißfackel wir waren aber auch schon unten warte mal ja das ist super auf die Karte zu gucken und zu rennen hey da reicht sogar ein Schlag siehst du ach ne bei den Teilen war schon immer ein Schlag ne ähm ne 2 oder bist du nur hin versuche gerade einfach immer nur rechts lang zu gehen das ist immer ein ganz guter Trick hier gehts runter in diese Sackgasse wo wir auch unser Zelt aufgebaut haben also dieses Mini-Camping was haben wir hier ich hab irgendwas gehört gerade ja da waren wir schon oder? waren wir hier schon? ne hier hier nicht oder? ne hier nicht hier bei dem Totenkopf nicht oder? hab keine Ahnung lass uns einfach mal reingehen oder? geh mal vor und was ist die Trüge auf der anderen Seite? da gehts auch weiter ja oder oh ne sorry doch? hier doch da waren wir noch nicht hier? und wieder diese Finger ach ne da sind Schledermäuse gut dass du es mir sagst dann erschrecke ich mich wenn jetzt nicht sofort wieder ne hier waren wir auch schon nicht der Eingang? warte mal sicher dass wir hier schon waren? ne oder? hier sind wieder Flermäuse ist das dieses scheiß Ding schon wieder verbrannt? ja warte mal hier gehts auch noch runter hä? ok ich glaub hier waren wir noch nicht hier gehts auch noch lang alter keine Ahnung ich bin der Meinung dass das hier doch der Ausgang war oder? oder wo wir halt reingegangen sind doch ich glaub von hier kommen wir doch Moment ich bin gerade ja doch doch von hier kommen wir wenn du auf die Karte guckst gehen wir gerade genau in Richtung ähm Ausgang ah ok 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 gut dann gehen wir jetzt da lang geradeaus 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 da runter hier runter ok ja wir sind glaub ich da lang gegangen links nicht da lang oder? oder hätte ich gesagt ich glaube wir sind auch hier schon lang gegangen diese blöden Mistviecher oder war hier Muschi Klaus ne hier waren wir noch nicht nein doch hier ist der Tisch wieder sag mal das ist ich raste gleich aus ne das ist wieder was anderes sicher? genau dasselbe da sind da sind doch überall die Herzen wieder verteilt ja ok wir waren hier schon ich würd sagen wir gehen wirklich mal zu den Totenkopf den wir da vorhin gesehen hatten der da hing aber ne da waren jetzt komm ich nicht mehr raus oder was ganz schön anstrengend da raus zu kommen ja naja gut dann folge ich dir jetzt mal da 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 hier ne krasser Scheiß oh jetzt ist meine Axt wieder aaaaaaah ach ja aber hier sind auch nur ähm Equipment und so Equip? ok ja großartig genau The Practical Caver Special Edition Beautiful Waterfalls Nuke Rope Guide ok und das Bild vom Dings von wat? von dem ähm von dem Schiff wo? liegt da unten ach da unten oh 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 ich hab Hunger ich hab Hunger ich hab Hunger ich muss mir mal essen machen nom 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 hast du äh noch genug Sachen für Essie? ja ich hab noch was ich hab noch ein Bein und ein kleines Stück Fleisch darfst du ruhig nehmen also ich hab jetzt selbst hier noch äh oder genügend Snacks ok dann schnupp und weißt du das? was? wo ich das höre? hat sich ja angehört als wäre aus der Richtung hier Richtung ähm Häuser Symbol als wäre da was Lautes gekommen so 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 ganz laut nackens und da nur glaub ich nicht ja war der renommierte ähm YouTuber eigentlich auch ähm in dieser Höhle drin? ja ja der war ja schnell mal achso ok krank hm hm lecker wir sind jetzt bei 19 Minuten Zeit vergeht hm ohja nix geschafft in der Folge ja irgendwie nicht ne nom 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 so und jetzt? da waren wir schon jetzt gehen wir hier lang wieder warte mal stopp ich will mal kurz auf die Karte gucken ich glaub ich glaub das war's dann auch oder? ich bin nicht sicher ja aber wir wollten doch noch da hin wo der Totenkopf war da waren wir ja jetzt noch nicht da will ich jetzt noch mal hin alles klar ja schon weil hier meintest du hier waren wir noch nicht als wir hier durchgekrabbelt sind mhm mit den Fingern ehrlich gesagt ich weiß überhaupt nicht mehr wo wir hier waren oder wo nicht ja gut dann gehen wir runter versuche gerade noch ein bisschen den Überblick zu behalten gut dann runter dem Zuckerarsch anhat bin mir ja fast sicher dass wir hier auch nicht ne wir waren schon da ich hab mich erinnert gerade an dem Hantoro im Steinlager ja mhm ja da waren wir schon sicher? aber Muschiklaus oder? bis jetzt sehe ich nichts was irgendwie nach Muschiklaus aussieht aber ja doch die ah anders sei da oben erinnere ich mich nicht doch und da oben ist unten steht unser Feuer ja ok ja dann gut ich glaub das war's dann hier ja tatsächlich demnächst andere Höhlen finden ja dann würde ich sagen wir gehen jetzt erstmal zurück zum Haupthaus mhm würd ich auch sagen und ähm warte mal wir können ja in wenn wir jetzt nochmal ein bisschen gebaut haben und sowas und die neue Axt ausprobiert haben an dem hässlichen Menschen hier auf der Insel außer uns beiden natürlich wir sind runter dann können wir nochmal irgendwann hier rein also in die nächste Höhle warte warte da unten gehts aber auch noch runter aber von da kommen wir doch ursprünglich oder? hier? oder? ich hab keine Ahnung ich hab den Überblick verloren ja doch da waren wir schon drinnen links da hast du dich noch gefragt wo die äh ob das Schwimmwesten sind oder so sicher? boah iiii weil den kenn ich noch nicht ne den hab ich auch noch nicht gesehen und ich bin mir sicher dass wir den gesehen hätten warte ich muss kurz meine Axt wieder aufgrippen wie hab ich davon noch hier? okay stopp also wir verdammt blind hier durchgelaufen ja gut wir können auf den ersten Blick ja nicht alles sehen aber 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 doch aber doch? Bücher ne hier ist das Geld weißt du? also waren wir schon hier ja ja da vorne gehts auch nochmal ey wir sinds jetzt reich ich hab schon 60$ zusammengesammelt ne hier gehts auch noch runter waren wir hier hier gehts nochmal ganz hier gehts nochmal an die hä? ne hier waren wir schon oh mann alter ja das ist doch das mit dem Seil steh durch okay wir gehen jetzt raus hier sonst wir sollten vielleicht bei unserer Insignity ich weiß gar nicht ob das überhaupt gängig machbar ist ich glaub wenn wir wieder raus gehen ich hoffe auch dass das irgendwie dann nach der Zeit irgendwie wieder verschwindet mhm dass wir dann wieder einen klaren Kopf haben vielleicht werden wir mal nicht so viele Menschen essen uns wieder ein bisschen menschlicher verhalten gehts hier aber auch noch hoch? hä? das ist der Ausgang das ist der Ausgang definitiv ok ich erinnere mich an den Ausgang ah ja genau ja stimmt ja genau wieder Hunger ne ich hab jetzt tatsächlich Durst ich weiß nicht dann würd ich sagen ähm dass wir die Aufnahme oben wenn wir oben angekommen sind schon beenden oder? damit wir die Folge vielleicht nicht zu stark in die Länge ziehen ne dass wir dann offscreen einfach zurücklaufen ja oh das ist ein Schokoriegel also wär jetzt so mein Vorschlag hier ist ein Schokoriegel hier ist ein Schokoriegel hier ist ein Schokoriegel Medizin bei dem Toten der Kompass ist wieder hier Medizin aber kein Schokoriegel doch den hab ich grad gegrabt hehe na egal ich hab eh noch ein paar also ist das alles ok können wir die hier anzünden wenn wir die hauen? na sch- no hier gehts raus übrigens ja wir dürfen nicht vergessen wir ähm sind jetzt gleich im Lager ne Moment waren wir hier? hier waren wir noch nicht hier rechts guck da drin ist da überhaupt kein? ja ach hier ist nur Alkohol ah guck mal hier ist noch ein Geheimversteck oder so hm oh Schokoriegel oh sorry was denn? nichts passiert? ich dachte ich hätte ich gehauen ah oh scheiße okay man kann sich doch anzünden sorry kacke ich kratze ab ich kratze ab haha okay ich zehnt die nicht mehr an die Axt na? warte tu den doch weg ah hä die kann man ah die kann man gar nicht aufmachen ja weil die zu weit oben sind jetzt da das war jetzt aber Tag Team hier so zack 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 oh ist das dunkel hier unten ja back mit dir oh was hat der fallen gelassen? der hat Geld fallen gelassen weil ich den gehauen hab ach du ich will auch mal ja wir den mobben dann verliert der Geld ach du nö bei mir net er verliert voll viel Geld bei mir so ich geh hoch boah bin ich froh wenn ich wieder Wasser äh okay wir wissen ja nicht ob es nach Tag ah es ist Tag ja? ja ja hey 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 so jetzt ab achso die doch Soda Collected Soda 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 Can carry any more sodas nö kann das durch nö kann das durch soweit so so Koffer Hello Kitty Koffer so würde ich sagen äh machen wir uns mal schnellst nach Hause ja 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 Gott versuch nochmal ein bisschen Clove einzusammeln einfach weil es sich lohnt weil jetzt brauchen wir es mittlerweile auch für die Höhlen stimmt uah Besuche besuch 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 wo hinter uns da hinten sind sie ach da hinten na jetzt sind wir OP hallo guck dir mal unsere Ex da komm dann lass uns zurück gehen oder ja ok komm ein andermann nochmal her guck gleich auch mal wenn wir dann bei der Hütte sind ob dann die Sanity ein bisschen höher geht weil Strand, Busche, Luft eigenes Heim stimmt was was will denn der Mensch mehr jetzt mal ehrlich er soll nicht verwöhnt sein ich bin mal gespannt ob bei ner Bäume noch da liegen die Baumstümpfe gerne schon dass die nicht mehr da sind ähm nein krass leicht echt nicht scheiße ne ach man finde ich auch ehrlich gesagt ziemlich schade vor allem weil halt die Bäume dann auch nicht einfach so wieder da sind ne ja ach Menno gut so das ist jetzt mal wieder ne Folge wie er etwas länger war das ach guck ma in soem Garten ist was gewachsen guck mal probieren guck mal probieren komm ich weiß was ich jetzt machen kann ich kann du kannst komm weg ach so du Schwein wie machen wir das nochmal combine äh zwei Rabbits zwei Rabbits hm nicht auch ein Dings ein Rentier ne zweimal Rabbits was fehlt mir jetzt hier noch ich hab mich gerade nur ah dann hab ich die einfach hier drin und dann mir fehlt noch ein Bestandteil für irgendwas zweimal du musst nur zweimal Rabbitshaut reinpacken das reicht dann dann fehlt mir wahrscheinlich äh Winter das ist ein Stück Kraut schade schön jetzt haben wir immer wieder blau Bären das ist wirklich gut ja so ich würde sagen wir speicheln mal I am agree with this Teil Isch halten ich werd jetzt nochm Development Wegen der Sanity gleich. Ach, stimmt. Nochmal eins. Sanity ist immer noch bei mir bei 71. Vielleicht kommt das erst mit der Zeit. Bei mir 75, ja. Na gut, so. Dann machen wir hier wieder ein Folgenpäuschen. Oh. Wir haben ein paar Stöckchen. Ja, das sind ein paar. Ach, dieses Geräusch. So. Noll. Gut, dann machen wir hier mal einen Cut an der Stelle. Und freuen uns natürlich, dass ihr zugeschaut habt. Und freuen uns auch wieder, dass ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Und wir haben die Höhle überlebt. Oh ja, wir haben die Höhle überlebt. Aber meine komplette Rüstung ist weg. War aber einfacher? Ja, meine auch fast. Aber es war einfacher irgendwie, als ich dachte. Also ich hätte es mir schwerer vorgestellt. Ja, aber ich glaube, es ist halt mehr darauf ausgelegt, so ein Einzelspielerspiel zu sein, ne? Ja. Naja, gut. So, macht's gut, Leute. Ja, tschau. Tschüss.